Artists View im Kino Traumstern. Zu Gast im Licher Kino war Adriana Altharas, die aus ihrem Buch Titus Brille – Die Geschichte meiner strapaziösen Familie vorlas. In meinem Buch Titus Brille geht es um meine Familie und mich. Und um meine strapaziöse Familie, wie der Titel das schon so klar benennt. Das heißt meine Eltern, meine Tante, meine Großeltern und aber auch mein Mann, meine Kinder. Und darum geht es. Im Anschluss zeigte das Kino Traumstern ihren Lieblingsfilm, Der Name der Leute, vom französischen Regisseur Michel Leclerc. Es ist ein aberwitziger, höchst rasanter Film über Vorurteile, Moral, Klischees in unserer Welt. Es geht um eine Aktivistin, die muslimische Eltern hat und einen Vogelforscher und Tierarzt, der jüdische Eltern hat. Und was da alles zwischen den beiden in der Liebesgeschichte passiert und was da alles dabei aufgerollt wird, ist so hochaktuell und so geistreich, wie man sich das nur vorstellen kann.